Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den Air The Real Pure Morning APH 260 Luftreiniger. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Luftreiniger die richtige Wahl für dich ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Luftreiniger unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Zunächst einmal müssen wir aber ein sehr wichtiges Thema klären, denn viele Menschen sind komplett unentschlossen, ob sie sich überhaupt einen Luftreiniger anschaffen möchten oder sollen oder nicht. Denn dann kommt ganz schnell das Konterargument, aber reicht es nicht eigentlich auch aus, wenn ich das Fenster aufmache und gut durchlüfte. Klar kann das durchaus ausreichen, es kommt halt auf deine Ansprüche an. Mit einem Luftreiniger geht es eher darum, ganz bestimmte Partikel aus der Luft zu filtern, sodass deine Raumatmosphäre noch angenehmer wird. Bei diesem Modell gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis ziemlich gut, muss ich sagen, sodass ich hier schon sehr positiv gestimmt bin, was die Anschaffung anbelangt. Verarbeitung macht in meinen Augen definitiv einen wertigen Eindruck, aber das soll natürlich ganz klar jeder für sich selbst beurteilen. Man könnte einen Luftreiniger auch als eine Art Luxusanschaffung für die eigene Wohnresidenz bezeichnen, ganz klar. Denn natürlich reicht es aus, wenn du hin und wieder lüftest, aber wenn du eben den Extragrad an sauberer Raumatmosphäre möchtest, genau dann lohnt sich die Anschaffung von so einem Luftreiniger in meinen Augen definitiv. Das Amazon-Angebot zum Luftreiniger werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, Ciao!